Und wir glauben und sind uns gewiss, dass der Koran das Wort Allahs ist, das von ihm ohne Modalität als Sprache ausgeht. Er hat ihn als Offenbarung auf seinen Gesandten herabgesandt und die Gläubigen bestätigen, dass er die Wahrheit ist, in der Gewissheit, dass er wirklich das Wort Allahs des Allerhabenen ist und nicht erschaffen wie das Wort von Kreaturen. Wer ihn hört und behauptet, er sei Menschenort, ist ein Ungläubiger. Allah tadelt ihn, weist ihn zurecht und verheißt ihm seine Strafe, indem er sagt Ich werde ihn im Höllenfeuer verbrennen. Wenn Allah denjenigen das Höllenfeuer verheißt, die sagen Dies sind nichts anderes als Menschenworte, wissen wir mit Sicherheit, dass es das Wort des Schöpfers der Menschheit und gänzlich anders ist als jedes Menschenwort. Wer Allah mit Begriffen charakterisiert, die zu den menschlichen Eigenschaften zählen, wird damit zum Ungläubigen. Wer dies begriffen hat, wird sich vorsehen und davor hüten, derartige Dinge auszusprechen, wie sie die Ungläubigen sagen, und er wird wissen, dass Allah der Allerhabene in seinen Eigenschaften nicht wie die Menschen ist. Der Anblick Allahs für die Bewohner des Paradiesgartens ist wahr, ohne dass dieser allumfassend oder in seiner Art und Weise zu bestimmen wäre. So wie ihn das Buch unseres Herrn beschreibt, wenn er sagt Gesichter werden an jenem Tag erstrahlen, auf ihren Herrn werden sie schauen. Die Erklärung dieser Aussage ist so, wie Allah der Allerhabene sie gemeint hat und wie er es weiß. Alles, was darüber in authentischen Berichten vom Gesandten Allahs und von seinen Gefährten überliefert wurde, ist genauso, wie er es gesagt hat und bedeutet genau das, was er damit sagen wollte. Wir lassen uns nicht darauf ein, zu versuchen, es entsprechend unseren eigenen Ansichten zu interpretieren oder unserer Fantasie freien Lauf zu lassen. Denn wahrlich, niemand ist sicher in seiner Religion, bis er sich ganz Allah dem Allgewaltigen und Majestätischen und seinem Gesandten unterwirft und das Wissen hinsichtlich mehrdeutiger Dinge ganz dem überlässt, der Wissen über sie besitzt. Der Islam eines Menschen steht nicht auf festem Fundament, solange er nicht auf vollkommener Hingabe und Unterwerfung gegründet ist. Wer danach strebt, Wissen über Dinge zu erlangen, die ihm verwehrt sind und dessen Verstand sich nicht mit Unterwerfung zufriedengeben will, den wird der Schleier seines Begehrens vom lauteren Einheitsglauben, reiner Erkenntnis und rechtem Glauben trennen, so dass er ziellos zwischen Glauben und Unglauben, Leugnen, Annahme und Ablehnung hin- und hergerissen wird. Er wird von Einflüsterungen geplagt, in Abweichungen und Zweifeln umherirren, weder ein aufrichtig bekennender Gläubiger noch ein gänzlich ablehnender Leugner. Der Glaube eines Menschen an den Anblick Allahs durch die Bewohner des Paradieses ist nicht korrekt, wenn er mit eigenen Vorstellungen oder verstandesmäßigen Interpretationen verbunden ist. Denn die Erklärung dieses Anblicks und aller derartigen Phänomene, die zur Sphäre des göttlichen Herrschaftsbereiches zählen, verlangen von dem Gläubigen das Unterlassen jeglicher Interpretation und strikte Unterwerfung. Derart soll er der Religion der Gesandten und dem göttlichen Gesetz der Propheten folgen. Wer sich nicht davor hütet, die Eigenschaften Allahs zu negieren oder aller Ähnlichkeit mit etwas anderem zuzuschreiben, irrt und ist unfähig, die göttliche Transzendenz zu begreifen. Denn wahrlich, unser Herr, der Majestätische und Allerhöchste, kann ausschließlich mit Eigenschaften absoluter Einheit beschrieben und mit Kennzeichen uneingeschränkter Einzigartigkeit charakterisiert werden. Kein Geschöpf kommt ihm in seinen Eigenschaften gleich und er ist hocherhaben darüber, Grenzen, Bestandteile oder Gliedmaßen zu besitzen. Ebenso wenig können ihn die sechs Himmelsrichtungen umfassen, in denen alle erschaffenen Dinge enthalten sind. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Die Himmelfahrt des Propheten hat wirklich stattgefunden. Der Prophet wurde bei Nacht vom Erzengel Jibril mitgenommen und fuhr in seiner körperlichen Form im Wachzustand in den Himmel auf und weiter von dort in jene Höhen, die Allah ihm bestimmte. Dann offenbarte er seinem Diener, was er ihm offenbaren wollte. Das Trinkbecken des Propheten, welches Allah, der Allerhabene, ihm als Erweis seiner Gnade gewährt hat, um den Durst seiner Gemeinde am Tag des Gerichts zu stillen, ist Wirklichkeit. Ebenso wie die Fürsprache des Propheten, die Allah ihnen vorbehalten hat, sowie es in den authentischen Berichten überliefert ist. Das Versprechen, das Allah, der Allerhabene, Adam und dessen Nachkommen abgenommen hat, ist wahr. Allah, der Allerhabene, wusste bereits vor Anbeginn der Zeit die genaue Anzahl derer, die ins Paradies eingehen werden und derer, die ins Feuer gehen werden. Diese Zahl wird weder zunehmen, noch wird von ihr etwas abgezogen werden. Das Gleiche gilt für all ihre Taten, von denen er genau weiß, dass sie sie tun werden. Und jedem fällt das leicht, wozu er erschaffen wurde. Ausschlaggebend sind letztendlich jene Taten, die das Handeln besiegeln. Und der Glückliche ist glücklich aufgrund des göttlichen Ratschlusses Allahs. Und der Unglückliche ist unglücklich aufgrund des Ratschlusses Allahs des Allerhabenen. Das genaue Wesen der Bestimmung ist Allahs Geheimnis in seiner Schöpfung. Keinem ihm nahestehenden Engel und keinem entsandten Propheten wurde Wissen darüber verliehen. Der Versuch darin vorzudringen und das Nachgrübeln über dieses Thema bedeuten Untergang und Verlust und führen zur Rebellion. Darum sei vorsichtig und hüte dich davor, über diese Angelegenheit zu spekulieren oder nachzugrübeln oder dich von Einflüsterungen beeinflussen zu lassen. Und wahrlich, Allah, der Allerhabene, hat das Wissen über die Bestimmung vor seinen Geschöpfen verborgen und ihnen untersagt, Nachforschungen darüber anzustellen, so wie der Allerhabene es in seinem Buch zum Ausdruck bringt. Er wird nicht nach seinem Tun befragt, sie jedoch werden befragt werden. Wer also fragt, warum hat er das getan, widerspricht damit einem Grundsatz des Buches Allahs. Und wer einem Grundsatz des Buches Allahs des Allerhabenen widerspricht, zählt zu den Ungläubigen. Dies ist eine Zusammenfassung dessen, was diejenigen unter den Allah, dem Allerhabenen nahestehenden, deren Herzen erleuchtet sind, notwendigerweise wissen müssen, und was die Stufe derer ausmacht, die fest im Wissen gegründet sind. Denn es gibt zweierlei Arten von Wissen. Wissen, das den Geschöpfen zugänglich ist, und Wissen, welches den Geschöpfen nicht zugänglich ist. Das zugängliche Wissen abzulehnen ist Unglaube, und das Wissen zu beanspruchen, welches nicht zugänglich ist, ist ebenfalls Unglaube. Und der Glaube eines Menschen ist nicht vollständig, bis er das zugängliche Wissen akzeptiert und das Streben nach nicht zugänglichem Wissen aufgegeben hat. Wir glauben an die wohlbewahrte Tafel und ebenso an das Schreibrohr und an all das, was auf der Tafel verzeichnet ist. Selbst wenn alle Geschöpfe zusammenkämen, um etwas ungeschehen zu machen, von dem Allah, der Allerhabene, bestimmt hat, dass es sein soll, wären sie dazu nicht in der Lage.